hallo und herzlich willkommen zum vorerst letzten teil unserer kleinen serie um sie ordnerstruktur heute gucken uns die teile maps und textur an und da beginnen wir gleich mal mit dem ordner maps hier habe ich wieder beispielhaft meine map angelegt und hier drin gibt es jetzt eine ganze menge zu erklären fangen wir mal mit tt data an da steht aus meiner sicht nur wirres zeug drin da brauchen wir gar nicht reingucken das erstellt alles der müpp editor am besten nichts anfassen dann gibt es den ordner textur der ist jetzt hier natürlich leer weil es ja bloß ein beispiel ist da drin sind auch texturen die ihr eigentlich nicht anfassen braucht das erstellt auch alles der map editor für euch hier bei chrono hier könnte es schon eher sein dass man hier mal was bearbeiten muss hier habe ich mal beispielhaft die bauarbeiten rausgesucht hier kann man also in der chrono cfg die zeiten anpassen wann dieses chrono event stattfinden soll also das bedeutet ein zustand der map jetzt nur zu einer bestimmten zeit die im spiel eingestellt ist sichtbar ist und hier drüber haben wir noch kajus da werden praktisch für können für bestimmte linien bestimmte fahrzeuge auch zeitlich gestützt eingestellt werden bestimmte fahrzeuge ist ein guter punkt dafür gibt es nämlich die ai list und da steht drin welche fahrzeuge für welche fahrzeugtypen oder welche fahrzeugklassen verwendet werden also hier steht dann drin normal normales auto also normal cars und dort kann dann festgelegt werden ob die was weiß ich standard fahrzeuge zum beispiel oder ein teil der standard fahrzeuge so die alte klasse und sowas durch die map browsen sollen oder vielleicht doch eher die neuen fahrzeuge zum beispiel aus hamburg das kann dort festgelegt werden da wird außerdem festgelegt auf welchen linien bzw liniengruppen welche fahrzeuge fahren sollen also welche linien busse dann haben wir hier drei was da wird einfach ausgewählt aus welchen der in omsi installierten fußgänger soll hier der sollen hier die fahrer zusammengesetzt werden also kann einer oder mehrere eingetragen werden bei global das ist praktisch der erste einstiegspunkt form sie da steht drin wie die map heißt die beschreibung der map und wie die ganzen dateien hier heißen wo die zu finden sind dann gibt's holidays da stehen halt einfach ferien drin das ist wichtig für und feiertage natürlich auch das ist wichtig für fahrpläne zum beispiel dass an einem feiertag so gefahren wird wie am sonntag in den meisten regionen das heißt also weniger busverkehr auch wenn es vielleicht mittwoch ist ja humans wird praktisch alle menschen aus die in der map sind die jetzt nicht die fahrer sind sondern alle fahrgäste sozusagen parklist ist die auflistung aller fahrzeuge die am straßenrand stehen sollen also da kann man zum beispiel ja rettungsfahrzeuge müssen jetzt nicht unbedingt an der seite stehen alle 100 meter die sollten da also nicht eingetragen werden die können aber durchaus in der list stehen dann haben wir hier picture das ist praktisch ja vorschaubild registration da stehen informationen zu kennzeichen drin die in dem bereich fahren also was weiß ich für berlin da fährt ja nicht nur alles mit b rum sondern da fängt fährt vielleicht auch noch was aus dem havelland oder landkreis oder spree oder was da halt alles so in der region ist die können also dort mit eingetragen werden dann habe ich hier mal beispielhaft diese drei dateien die auch im idealfall um gottes willen nicht anfassen da drin stehen informationen zur einzelnen kachel also jede kachel besteht aus diesen drei dateien und ja das wird alles automatisch erstellt vom von dem web editor dann haben wir hier noch timeline das ist wichtig für fahrpläne bin ich der meinung time zone ist klar zeitzone die wird da irgendwie noch genauer festgelegt hier steht noch was zu den ja anstelle traffic also das heißt fahrzeuge die nicht nach fahrplan fahren also einfach freie k fahrzeuge die werden hier können hier gruppen und so weiter unterteilt werden das geht aber glaube ich auch am besten über den map editor ja wir haben schon gesehen hier ist jetzt in unserem textur ordner nichts drin und das ist auch ja erstmal so richtig und zwar die eigentlichen bodentexturen die wir brauchen um im map editor auf dem boden zu malen liegen hier drin in dem ordner textur natürlich unter um sie zwei und hier sehen wir auch direkt eine besonderheit des textur ordners der bei allen ordnern textur zum tragen kommt also ob das sind objekts und blinds das ist total egal im ordner textur kann es diese vier unterordner geben denn die normale textur bezieht sich immer auf eine sommer textur also hier haben wir jetzt das gras das kann ich mal öffnen ich habe hier die richtigen texturen rausgesucht das wäre also das gras im sommer im normalfall dann fangen von oben an mit herbst im herbst ist das gras ein bisschen dunkler dann im frühling ist das gras frisch und grün winter ist es einfach erst mal grau und dann gibt es noch winter wenn schnee liegt das ist natürlich um sie noch mal extra bereich also die jahreszeit winter heißt ja nicht unbedingt das schnee liegt und dazu gibt es halt hier noch eine schnie textur die kann es geben die muss es aber nicht geben und in diesem ordner textur legen alle texturen die für um sie auf also die auf um sie maps sozusagen auf der grundfläche gemalt werden können alle anderen texturen die auf splines und sowas verbaut werden die brauchen natürlich hier nicht drin liegen das ist nur wichtig für map ersteller ja das war das ende unserer kleinen video reihe ich würde mich freuen wenn ihr auch hier die anderen teile anguckt da gibt es einmal ein teil zu sind wir objekts und splines und ein teil zu den vehicles und dann sage ich vielen dank fürs zu sehen lasst daumen und ein abo da und guckt euch die anderen videos an bis dahin tschüss